ich würde noch eine letzte Runde machen ja ok, dann mach ich mir ich hab mir die Biele jetzt aus die heut' die sind 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 aus na 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 Ich hab' gar nichts gemacht aber hört wenigstens auf, wie ich bin aber hört wenigstens auf, wie ich bin wenn ich die runde anbiete da KASSEN bitte eine Runde bitte nur eine eine Runde eine, eine Runde eine Es ist wirklich mal so wenn Ion käme, sind wir gesinnt Ja eine Runde eine keine saug und jeder wird ihr andere sucht die kürze kostet die kämpfe gilt ich weiß wie es dir geht ich weiß wie es dir geht ich würde auch manchmal gerne ich glaube du hast eingestellt dass dein mikro leiser wird wenn andere reden das wäre kontraproduktiv wenn andere das anhaben kasten eine letzte schnell das ist der code der so lustig war dass wir die ganze zeit mit dem gespielt haben ein kasten drin ist jetzt texte den oder was der dauerzustand von felix es ist einfach ich kann das doch nicht noch mal jetzt muss ich wieder aufpassen meine zweite runde sheriff schrift mod skybricker stream für die leute die es noch nicht wissen der sheriff hat hier kein tasks machen hat kuren kann killen aber der gilt den falschen dann ist er aus auch leute das macht ihr felix der megastas muss ich muss ich muss eine sache dazu sagen du warst zora nein ich weiß nicht aber ja ja es tut mir unfassbar leid ich glaube ich hätte nicht sagen müssen bitte tötet sie nicht nächste runde als erstes sondern bitte tötet sie einfach heute nicht mehr als erstes der war eben schon so aggressiv das ist jetzt das ist jetzt sehr für das wird jetzt das ist jetzt hier da bin ich jetzt nicht ja ich bin hier komplett auf der anderen seite ich bin bei diesem upper engine ich hab gar nichts gemacht ich hab gar nichts gemacht ich wollte gerade sagen ich wollte gerade sagen wir haben euch gesehen und zweitens bin ich da gerade eben lang gelaufen ach raus basti ich hab gar nichts gemacht es sind in der ersten runde nach wenigen sekunden schon zwei tot das ist doch das ist ein indiz für felix du lässt Kasten jetzt auch raus aus der sache der ist schon tilted genug was wir auch haben wir es muss doch ein wenig sein auf die Sekunden durch vielleicht war es ja skypeaker weil die kann man direkt jemanden einfach verdächtigen nur weil jemanden hast es ja unmenschlich er war ja war ja letzte runde da hast du gesagt Prozent sich die zwei jahre er hat will aber ja nee das fand ich jetzt frech ich habe nur die biegel tun gebiete okay ich bin ja wo waren die anderen jetzt ja ich war bei ich bin ich hab ich dann nicht gesehen die hat er macht ja auch weil er sich ja genau wie Felix er macht blickt das Licht war aus ja da macht ja auch macht die licht auf er ich hab noch leiser okay also was ist tun navigation ich habe sonst irgendetwas zusammen rumgelaufen ich glaube wenigstens also ich kann sie ausschließen sagen gibt's also ich glaube immer noch wenn ich so von skyberger gehasst werde ist erst einfach der hat mich doch der allgemeiner hat ja das verstehe ich absolut aber trotzdem was die ich mache jetzt und ich habe mir jetzt schauen wir jetzt felix rein kostet das was es wollte leid fixen und jetzt jetzt haue ich mir felix hinter den der ist so sass erst zweit und das muss so sein einfach mal jodo johnny muster muss jetzt hier und ein kasten was soll der mist so task machen ich werde hier sowieso nicht gekillt perfekte kabel zu kommen lassen wir noch den johnny muster nicht killen bitte nicht ich muss den felix johnny muster machen wo ist er felix wo bist du kommst du her kommst du zu der die und nein eingesperrt wo bist du felix bist du bist du kommst du der die seit vielleicht meinen camps nachgucken das in tas knee und kapitalia ich gucke meinen caps nach kommst du den felix ich mach dich kalt nein okay ach du schande felix legt in kapitalia also ich glaube was sie was nicht doch wenig war es auch nicht ich habe gar nichts gemacht ich bin gerade in kameras gut ja ich habe dich da rein laufen sehen aber du kann es kam von oben von von hier von sagt schon von von ich habe med bettas gemacht und bin dann runter ja von wo bist du wie kannst du ein fn rein und navigation war schon bevor die tür zu ging ich bin gerade dadurch wo die tür zu gehen ich habe mein tor habe ein tor noch gemacht hat dauert ein bisschen jetzt war es zeit für einen sheriff sich zu outen bevor ihr mich weil ich jetzt sowieso sass bin bevor ihr mich raus votet weil ich das wirklich ich bin sheriff ja schon wieder freunde und ich wollte was mich was mich sass macht weil ich weil ich wollte ich hatte den felix auf dem kicker ich wollte den killen ich wollte den johnny muster machen und wollte den einfach mal bei den felix suchen und den einfach mal und jetzt ja ich glaubte dass wir tatsächlich ja ist so ich habe in der letzten runde ja schon gesagt felix 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 weil in der ersten runde die ersten zwei waren von sekunden da war für mich felix ich wollte einfach mal wollen wir wollen wir das jetzt ganz lustig machen lasst mich noch mal meine meinetwegen also wen denkst du ich mache jetzt johnny ist mit johnny muster und geh jetzt irgendjemanden bin dann selbst tot okay gut dann lass alles geben wir stellen uns in kafeteria und wenn ich tot bin wenn ich tot bin dann wüsste das ist das der falsche war nein nicht ihr lauft schön weg ich würde ich muss meinen opfer jagen ihr stellt euch nicht hin ich will jagen ich bin der detect der lauf weg ich bin jemand ich bin jemanden der rumsteht und nichts tut macht eure tasse haut ab es gibt die haut ab und ich kenne den kill den ich für verdächtigkeit dann kommt es gibt eigentlich lasst mich machen das sind nur es sind nur zwei kills gefallen das weißt du ja es nicht mal machen und ihr macht eure tasse bitte weiter aber da lasst das wirklich so machen nein da machen jetzt bitte einfach mal nix und zwerge darauf aussuchen ok und wenn er richtig liegt dann ja nein jetzt haut schon ab ich habe doch hier kein haut ab ich habe ja sowieso noch 30 sekunden 3 sekunden cooldown ich habe 30 sekunden cooldown 8 7 6 5 4 3 2 1 ups 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 ich lebe noch ich lebe noch ich lebe noch da war wohl bei wo es kein doch der imposter ja wir wollten als nächstes raus oder wie soll ich als nächstes killen du kannst überlegen wer sein könnte es wäre gewieser denkt daran als ob ich das jetzt gewinne als so sagen wir mal sagen wir mal zu verteidigen elf nie was was hast du zu deiner verteidigung zu sagen warum sollte ich dich nicht killen wie gesagt ich war die letzte runde war ich nur bei navi gay ich habe erschießt habe meine schietas gemacht und bin dann zu atmen gegangen wurde auch eingesperrt felix du bist tot und kam mir warum nicht du warum bist du nicht imposter weil ich ein ganz toller netter crewmate bin und keiner fliege was der leite tun könnte ja gut kasten kasten warum sollte ich dich nicht töten weil letzte runde ist so übelst getiltet war und jetzt nur mit spiel damit noch volle runden haben das stimmt das stimmt jetzt kasten nicht jetzt kasten töten würde das wäre schon ziemlich hart das wäre schon stimmt das wäre schon auch wieder allerdings warst du schon ziemlich die war heute nie irgendwie allerdings wirst du mir gerade ziemlich hass kasten also ich bin also ich glaube die zeichne stehen gut auf kasten also es tut mir schrecklich leid aber es ist raus wurden und kasten also wissen wir jetzt definitiv ist kein imposter außer basti da wirklich ein mal etwa dann wer jetzt kipp und kasten gemacht jetzt geht mal wieder oder was soll ich soll ich jetzt wieder exekutieren oder natürlich sonst wäre es ja langweilig so dann wird spannend da können wir gleich mal wieder sehen ob ich das jetzt als als im post als zu etwas noch spannender machen stellt euch mal alle ich habe sowieso 30 sekunden kill cooldown ich muss hier erstmal lauf mal bitte los nein du hast länger als 30 sekunden 43 42 41 lauf mal weg können wir hier noch einen task machen machen wir noch irgendwo eine task hier habe ich noch einen task 12 11 10 9 8 7 6 wo ist er wo ist er wo ist er wo ist er kommt zu der die kasten kommen zu der die kommt so der die kommt so die die reaktor ist einer in kraft er ist einer gut ich finde ich schon kasten als ob er gilt jetzt wählen ich habe hier noch einen task nice scheiß habt ihr eure tasks fertig bekommen nice nee ich habe kasten gekillt ich habe kasten gekillt ich habe kasten gekillt und habe gewonnen reden ich habe beide im posten ich wollte man kann sagen ich war detectiv und habe beide im posten warnt nein ich war hier immer ein guter imposter das war jetzt ich war habe ich dir geholfen als du in der kamera stand und niemand geklaut wurde detectiv arbeit und doch bringst du mich immer wieder also ich muss dazu sagen zwerg ich habe das nicht gesagt wenn ich nicht gewusst hätte dass du mich als erstes umbringen wir es war noch am überlegen ich war noch am überlegen aber es ist nein du warst nicht ich habe noch am überlegen als das fest dann ist der guter streicht